Hey Leute, hier ist Sebastian und heute werde ich euch vorführen, wie ihr euer Handy als Sonar verwenden könnt. Bei dem Begriff Sonar denken die meisten von euch wahrscheinlich erstmal an Filme mit U-Booten. Und tatsächlich reden wir hier von derselben Sache, denn ein Sonar ist ein Gerät, welches ein bestimmtes Geräusch aufsendet und sich die Echos von diesem Geräusch anhört. Und indem es die Verzögerung dieser Echos misst, kann es berechnen, wie weit ein Objekt entfernt ist, welches diese Echos erzeugt. Euer Handy kann das gleiche und hier erkläre ich euch jetzt, wie das funktioniert. Für dieses Experiment braucht ihr ein Smartphone mit FIFOX. FIFOX ist kostenlos verfügbar für Android und iOS. Besucht einfach fifox.org und folgt dem Link zum jeweiligen App Store. Ihr braucht noch Dämpfungsmaterial, um eine Höhle zu bauen, die unerwünschte Echos abschirmt. Ich benutze hier etwas Verpackungsmaterial, aber die meisten weichen Materialien sollten funktionieren. Zum Beispiel könntet ihr Sofakissen benutzen. Und ihr braucht einen Reflektor. Irgendetwas Hartes und Flaches sollte funktionieren, wie dieses Tablett, das ich in der Küche gestohlen habe. Ein Zollstock wäre prima, um die Ergebnisse zu überprüfen. Das Problem an diesem Experiment ist, dass so ziemlich jedes Objekt in eurer Umgebung ein Echo erzeugt. Ihr bekommt also ein Echo vom Boden, von den Wänden, von der Decke und von so ziemlich jedem Objekt in eurer Nähe. Was wir stattdessen tun werden, ist, wir bauen uns eine kleine Höhle und wir richten einen wirklich klar definierten Reflektor ein. Benutzt euer Dämpfungsmaterial, um das Handy von allen Seiten bis auf eine abzuschirmen. Legt den Zollstock neben das Handy. Üblicherweise haben Handys ihren Lautsprecher auf der gegenüberliegenden Seite vom Mikrofon, weswegen es etwas schwer ist, zu sagen, wo die Null liegt. Wenn ihr eine genaue Null haben wollt, könnt ihr einen externen Lautsprecher an euer Handy anschließen. In FIFOX könnt ihr nun im Abschnitt Audio das Experiment so nahe öffnen. Eventuell wollt ihr ein zweites Gerät verbinden, da euer Handy in der Abschirmung etwas schwer zu erreichen sein könnte. Besucht fifox.org, um herauszufinden, wie ihr den Fernzugriff einrichten könnt. Jetzt kann ich das Experiment starten und werde das Tablett benutzen, um Echos an verschiedenen Stellen zu erzeugen. Das Handy benutzt seinen Lautsprecher, um einen sogenannten Chirp auszusenden. Dies ist ein spezielles Geräusch, das FIFOX gut wiedererkennen kann. Es ist ein einfacher Ton, dessen Tonhöhe über 5 Millisekunden ansteigt, was so kurz ist, dass ihr es als Klick wahrnehmt. FIFOX wird 5 solcher Töne aussenden, sodass ihr 5 schnelle Klicks hört. Gleichzeitig nimmt FIFOX alles mit dem Mikrofon auf und vergleicht, was es hört, mit dem Chirp, den es gesendet hat. Das Ergebnis ist ein Graph, der angibt, wie sehr die Aufnahme dem Originalton zu verschiedenen Zeitpunkten ähnelt, was Mathematiker eine Kreuzkorrelation nennen. Der Graph zeigt, zu welchen Zeiten das aufgenommene Signal wie ein Echo klingt und nach einer Umrechnung mit Hilfe der Schallgeschwindigkeit zeigt FIFOX euch das nicht als Funktion der Zeit, sondern als Funktion der Entfernung an. Im Experiment seht ihr nun, dass die Position des Tabletts gut erkennbar ist, da es eine deutliche Spitze im Graphen erzeugt. Hier ist es bei 50 cm, hier ist es bei einem Meter und hier ist es bei zwei Metern. Das war dann auch schon die Demonstration des Handy-Sonars. Wenn ihr andere Experimente mit eurem Handy kennenlernen wollt, besucht FIFOX.org und bis zum nächsten Mal.